Hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Im letzten Video ging es um die Abgaskrümmer am V8 vom M117 Motor. Und wenn man die Abgaskrümmer schon macht, dann bietet es sich an, die komplette Auspuffanlage auch mal zu überholen, weil die ja wohl oder übel zumindest in Teilen mit runter muss, wenn ich die Abgaskrümmer abnehmen will und dann von unten durch das Fahrzeug durch dann auch abnehmen will, muss ein Teil der Abgasanlage mit raus. Und bei mir vor mir liegt jetzt der Endschalldämpfer. Den habe ich abmontiert und da gab es dann hier hinter am Schalldämpfer direkt, gab es dann eine kleine Überraschung. Das möchte ich euch nach dem Intro zeigen, was ich da gemacht habe, welches Produkt ich verwendet habe, um diese Überraschung wieder zu besätigen, das alles wieder schick zu machen, alles wieder hübsch zu machen, damit es so aussieht, wie er jetzt vor mir liegt. Das zeige ich euch nach dem Intro, könnt ihr euch darauf freuen und dann sehen wir uns gleich. So, wie ihr seht, habe ich hier so drei Stellen, hier größere, die habe ich jetzt komplett freigelegt, habe mit dem Schraubenzieher geguckt, dass ich große Teile da drunter noch vorhole und soweit den aus dem Mantel dann so abflex, dass ich dann eine gerade Auflagefläche hier habe. Hier noch ein kleineres Löffel, da muss ich vielleicht auch noch ein bisschen weiter reingehen, da kommt auch noch das große Material so raus. Und hier noch ein auf der anderen Seite sieht er ganz gut aus, das ist die Unterseite hinter dran. So, die scharfkantige Ränder habe ich abgeflexed mit der Trennscheibe, mit der Flex. Und wenn ich das alles fertig habe, mache ich dann die Oberfläche wieder schön glatt. Schraubtscheibe hier für die Flex, schleife ich das dann alles schön ab und danach dichten wir dann mit Auspuffdichtmasse, Spachtelmasse, diese Fläche hier wieder ab, schleife sie dann nochmal ab und lackiere dann den Endschalldämpfer wieder und dann schauen wir uns das Ergebnis an, wie das dann aussieht. So, da kam jetzt gar nicht wenig so raus, aus drei etwas kleinere Löcher wurde jetzt ein großes und ein mittelgroßes, das kam jetzt alles runter, ja, ein bisschen Material, aber es ist noch nichts durch. Also der Endschalldämpfer im Prinzip ist so noch in Ordnung, nur die äußere Hülle, sage ich jetzt mal, hat ein bisschen gefoult und das haben wir jetzt alles soweit sauber gemacht. Jetzt schleife ich ihn dann komplett ab mit den Rohren zum Katalysator, schleife ich ihn alles komplett ab und dann können wir dann anfangen, nachdem wir ihn entfettet haben, sauber gemacht haben, dass diese Löcher dann mit Spachtelmasse dann zu machen, mit spezieller Spachtelmasse extra für Schalldämpfer, auch für Auspuffanlage. Jetzt hast du jetzt hier noch geschwind die Dichtheit von dem ganzen Endschalldämpfer. Ich habe jetzt hier wieder meine Näbelmaschine hier angeschlossen und lasse jetzt hier ein bisschen den Näbel rein und schaue, ob da irgendwo was rauskommt. Jetzt kommt es hinter schon raus, aber gerade an den Übergängen hier, an den Schweißnähten kann ich jetzt nichts erkennen. Nein, das scheint alles nur dich zu sein, dann bin ich froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. 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 So, ich habe jetzt mein Loch soweit behandelt, ich habe das abgeschliffen, die Kante schön glatt geschliffen, damit da keine unebenen Stellen mehr sind und das Ganze dann mit Nitroverdünnung abgerieben und jetzt kann ich anfangen meine Spachtelmasse hier auf die Fläche aufzutragen. So, 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 so,